Hallo, 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 hier ist wieder Topaz mit Let's Play Darksiders und wir sind hier mitten im Aufzug steckengeblieben, wo die Tür mir auf den Sack gegangen sind. Und die machen wir mal schnell kaputt, dass wir die Tür aufgehen. Oh, Chaoswasserstufenaufstieg, wir nutzen da auch nonstop. Können die sich hier mal warm anziehen? Ah, ich doch. Müssen wir nämlich noch den Schalter betätigen, den wir nach oben geschraubt hatten. Das machen wir jetzt. Nein, der hier. Oh Mann, wer baut sowas? Ganz im Ernst, wer baut sowas? Dumbadumbadum. Da ist bestimmt auch irgendwas. Aber ich sehe nichts. Und ich weiß auch nicht, wie ich da hinkommen sollte. Das ist ne Tür und da ist nix. Das ist ne Tür und da ist nix. Ich weiß, wo die sind. Oh yeah. Oh yeah. Ja, ist doch schon ziemlich stark geworden. Oh. Oh baby, oh. Ich sollte mal ein bisschen mehr auf die Gesundheit achten. Und das letzte Schwert von den... Ach du Scheiße. Ich werde dir das Fleisch von den Knochen reißen. Ach komm, er ging zwei auf einmal. Ich werde dir das Fleisch von den Knochen reißen. Ich werde dir das Fleisch von den Knochen reißen. Ich werde dir das Fleisch von den Knochen reißen. Ja... Das muss mir gar nix reißen, Junge. weiter geht Frage wo lang hier lang ok dann müssen wir wieder da rüber ne wieso ist mir schon wieder der Spaß an diesem Weg hier vergangen das wärs wieder fast gewesen dem das war der da nicht oder doch oder doch nicht das sieht aus wie ein Ohr hm ok halt 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 wir sind gerade hier da oben war noch das Ding damit wir nicht töten konnten weil es keine Waffe dafür bis jetzt gab was haben wir da da ein Teil der Abgrundrüstung yeah baby was haben wir hier einen ganzen Zornkern Zorn und Maximum erhöht und hier haben wir noch mal Moneten ohne Ende Frage ist jetzt wenn ich da durchgehe macht der schwott wahrscheinlich ne grüß mich nicht ok jetzt können wir zu Tiamat präum darum gut weiter 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 So, und schon sind wir bei Tiamat. Wenn du käuflich bist, Reiter, kommen wir vielleicht ins Geschäft. Meine Bedingungen werden dir nicht gefallen. Okay, das ist Tiamat. Die Fledermausherrin. Und bevor ich die jetzt anfange, würde ich sagen, machen wir nochmal ein... Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Leute, macht's gut, ciao.